Was sich viele kaum vorstellen können, es ist sehr gut möglich, mit Musik seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Seit über 25 Jahren lebe ich ausschliesslich von der Musik. Die meisten meiner Freunde sind professionelle Musiker und sie haben eine Familie und ein eigenes Haus. Es ist ein Job wie jeder andere, nur dass du dabei kreativ sein kannst und nicht von 9 bis 5 Uhr arbeiten musst. Ein paar Voraussetzungen benötigst du jedoch. Welche das sind und wie du dir langst, erfährst du in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen in meinem Studio. Mein Name ist Tom Wettstein und in diesem Video schauen wir uns an, welche Skills du benötigst, um von der Musik leben zu können. Denn die meisten Teilnehmer meiner Seminare und Trainings haben dasselbe Problem. Sie wollten als Teenager, Musiker oder Produzent werden, konnten sich jedoch nicht vorstellen, wie sie das anstellen sollen und entschieden sich dann für den vermeintlich sicheren Weg als Angestellter bei einem Unternehmen. Viele machten auch eine gute Karriere, doch der Traum vom Musikmachen schwebte immer latent mit. Die meisten haben sich mittlerweile ein tolles Home-Studio eingerichtet und besitzen gute Plugins und teure Hardware. Sie halten also einen prall gefüllten Werkzeugkasten in den Händen. Sie sitzen trotzdem meist unsicher vor dem Bildschirm und wissen nicht, wie sie diese Werkzeuge einsetzen sollen. Und währenddessen fragen sie sich, wie schaffe ich es, mit meiner Musik Geld zu verdienen? Was muss ich tun, damit meine Musik Anklang findet? Oft kennen sie nur den einen Weg, nämlich als Künstler berühmt zu werden. Doch viele sind gar nicht für die Bühne geboren und wollen einfach ihre Kreativität freien Lauf lassen und das machen, was ihnen am meisten gefällt. Sie wollen nicht ins Rampenlicht. Zudem ist der Weg, als Künstler berühmt zu werden, der allerschwierigste. Und das meiste Geld wird im Durchschnitt sowieso auf anderen Gebieten der Musik verdient. Es gibt so viele verschiedene Wege. Aber darauf gehen wir später noch ein. Unerlässlich ist einfach, dass man die Natur der Musik versteht und dass man weiss, die Musik wirklich aufgebaut ist und wie sie funktioniert. Und es ist gar nicht so schwierig, das zu verstehen. Du benötigst einfach den Willen, es zu lernen. Und natürlich jemand, der dir zeigt, worauf es wirklich ankommt. Doch lass uns zuerst mal die fünf Teilgebiete anschauen, die du beherrschen musst, damit du Musik in ihrer Gesamtheit verstehst und so produzieren kannst, dass sie deinen Vorstellungen und die deiner Kunden entspricht. Du erfährst auch, was ich gemacht habe, um diese fünf Säulen zu meistern. Diese fünf Gebiete unterstützen sich gegenseitig und ergeben erst zusammen eine vollendete Musikproduktion. Also legen wir los. Die erste Säule ist die Rhythmik. Die Rhythmik ist das Fundament der Musik. Ohne sie wäre Musik nur eine wahllose Aneinanderreihung von Tönen. Als Musik vor Millionen von Jahren von den ersten primitiven Kulturen gemacht wurde, war nur der Tanz und der Gesang. Kurz darauf begann man mit Holzstöcken auf Baumstämme zu schlagen und die ersten Schlaginstrumente wurden erfunden. Ein Schlagzeug-Solo ist schon Musik. Es braucht dazu keine Töne. Für mich als Bassist ist die Rhythmik essentiell, denn sie bestimmt den Groove. Ich habe mir die Rhythmik während meiner Zeit als Livemusiker in Salsa und Afro-Bands einverleibt. Denn die afrokubanische Musik ist reiner Rhythmus und sie verzeiht nichts. Da musst du einfach tight sein. Auch während meines Jazzstudiums spielte der Rhythmus eine sehr grosse Rolle. Denn der Swing ist ein Körpergefühl. Die kannst du nicht akademisch erklären. Genauso wie die Polyrhythmik in der afrikanischen Musik. Noch heute spiele ich in der Justina Lee Brown eine Mischung aus Afro, Blues und Soul. Die Rhythmen dieser Band sind so einzigartig, dass wir uns 2022 den zweiten Platz an der European Blues Challenge in Malmö sicherten. Und das ohne traditionellen Blues zu spielen. Die zweite Säule ist die Harmonielehre. Sie ist die Grammatik der Musik. Vergleiche es mit dem Schreiben von Büchern. Du musst die Satzstellungen, die Zeiten, die Fälle usw. kennen, sonst wird dich die Geschichte nicht packen und das Buch wird kein Bestseller. Harmonielehre hat jedoch auch physikalische und mathematische Wurzeln. Und genau das ist das Spannende an der Harmonielehre. Sie ist emotional und zugleich rational. Wenn du die Harmonielehre beherrschst, bewegst du dich auf der grössten Spielwiese, die es gibt. Ich musste mir die Harmonielehre während meines Jazzstudiums einverleiben. Denn Jazz ist die komplexeste harmonische Musikrichtung. Sie besitzt jedoch auch einen Vorteil. Sie ist mit jeder anderen Musik abwärtskompatibel. Wenn du die Jazzharmonielehre beherrschst, wirft dich nichts mehr aus der Bahn und du kannst deinen Kompositionen freien Lauf lassen. Und das führt uns gleich zur nächsten Säule. Die dritte Säule ist die Komposition und das Arrangement. Das ist das Storytelling. Während der Komposition entwickelst du deine Geschichte, die Aussage der Musik. Bei der Komposition verschmelzen die Rhythmik und die Harmonielehre zu einer Einheit. Beim Komponieren bestimmst du die Spannung der Musik und durch die Wahl der Instrumente greifst du jetzt schon in die weiteren Schritte der Musikproduktion ein. Wie lernte ich Komponieren und Arrangieren? Als ich meinen Masterabschluss an der Hochschule Luzern machte, musste ich viele Arrangements für Kombos und Big Bands schreiben. Ich beschäftigte mich tiefgehend mit den verschiedenen Kompositionstechniken und Instrumentierungen, die mir auch noch heute bei der Erstellung von Branding und Werbemusik sowie bei der Erstellung von Popsongs für Drittkünstler enorm helfen. Nun kommen wir zur vierten Säule, dem Recording und dem Sounddesign. Das ist die eigentliche Produktion. Jetzt wird die Musik zum ersten Mal fassbar. Hier wird sie materialisiert, sofern man das so sagen darf. Du bestimmst in diesem Schritt, wie sie klingt und welche Klangästhetik sie haben soll. Soll sie modern klingen? Soll sie nach 60er Jahren klingen? Hier verwendest du verschiedene Mikrofonierungstechniken und bestimmst, welche Klangerzeuger du einsetzt. Ich habe das gelernt, als ich nach dem Studium als Studiomusiker unterwegs war. Ich durfte den Recording-Ingenieurs über die Schulter schauen und später sogar selbst Hand anlegen. Als ich mit meinem Musikpartner mein erstes Tonstudio hatte, nahm ich alle möglichen Instrumente auf. Von den klassischen Pop-Instrumenten bis zu Streich- und Blassinstrumenten. Und ich durfte viel experimentieren und so meinen eigenen Sound kreieren. Kommen wir zur letzten Säule, dem Mixing und Mastering. Das vergleiche ich mit dem Kochen und dem Anrichten der Musik. Du besitzt eine Hauptzutat und verschiedene Nebenzutaten. Nun geht es darum, die Hauptzutat in Szene zu setzen und sie mit den Nebenzutaten zu unterstützen. Dabei benutzt du Gewürze, die ich mit den Effekten gleichsetze. Wenn du gut gekocht hast, erhältst du ein wohlschmeckendes Mal. Das Mastering, das ist das Anrichten der Musik. Du kannst das gekochte Gericht nun auf einem Pappteller servieren oder schön auf einem Porzellatteller platzieren und dekorieren. Wenn du gut gekocht hast und die Speise perfekt angerichtet ist, dann hast du ein Fünf-Sterne-Menü geschaffen. Genau so verhält es sich beim Mixing und Mastering. Ich lernte das Mixing, indem ich mir Mentoren suchte, unzählige Studios besuchte und mit den Tontechnikern gesprochen und sie mit Fragen durchlöchert habe. Zudem machte ich noch eine weitere Ausbildung als Mastering-Ingenieur. Doch am meisten lernte ich durch ständiges Üben und dem Austausch mit Plug-in- und Hardware-Entwicklern, die mir ihre Philosophie näher brachten. Das hatte zur Folge, dass mein Studio 2018 vom Musikmagazin Music Today in die Top Ten der besten Mastering-Studios in Europa gewählt wurde. Doch ich arbeite nicht nur als Mastering-Ingenieur. Mir ist es wichtig, dass ich auf allen Gebieten der Musik fit bleibe. Deshalb spiele ich live, komponiere, produziere, mische und mastere. Und das hat sich ausgezahlt, denn ich wurde im Februar vom unabhängigen Portal Proven Expert als Top-Dienstleister und als Top-Empfehlung ausgezeichnet. Ich sage das nicht, um anzugeben, sondern um dir zu zeigen, dass es enorm viele Wege gibt, um mit Musik Geld zu verdienen. Als Live-Musiker, DJ oder Studiomusiker, als Komponist für Werbung, Film, Unternehmensbranding, Center, Libraries, Games oder für andere Künstler. Als Sounddesigner, Arrangeur, als Recording-, Mixing- oder Mastering-Ingenieur oder sogar als Lehrer, Dozent oder Mentor. Doch egal, auf welche Disziplin du dich fokussierst, du musst das Wesen der Musik verinnerlicht haben. Du musst wissen, wie sie funktioniert. Du musst die Harmonielehre und das Arrangement beherrschen, sonst klappt es nicht. Und sobald du eine vollendete Produktion anbieten möchtest, musst du auch wissen, wie man richtig mischt. Du musst die Normen der Abspielmedien kennen. Und vor allem musst du dein Ego zurückstecken können und allein dem Song, der Musik und dem Kunden dienen. Genau diese Denkweise unterscheidet den Experten vom Laien. Doch stell dir dir vor, wie es ist, wenn du nicht mehr überlegen musst. Wenn du auf Anhieb die richtigen Akkorde auswählst, die zueinander passen, um ganz bestimmte Emotionen auszulösen. Wenn du genau weisst, wie der Aufbau und das Arrangement sein müssen, um die richtige Spannung aufzubauen. Wenn du ohne Zögern die passenden Instrumente und Sound einsetzen kannst, weil du dir genau vorstellen kannst, wie es am Schluss klingt. Und wenn du immer genau weisst, welche Plugins und Prozessoren du einsetzt und du mit ihnen umzugehen hast, damit die Musik genauso klingt, wie du oder dein Kunde es sich wünscht. Musik ist ein unendlich grosser Vergnügungspark, in dem du in jede noch so abgefahrene Bahn steigen kannst, sofern du ein Ticket besitzt. Und dieses Ticket sind die fünf Säulen der Musikproduktion. Musst du alle Säulen bis zur Perfektion beherrschen? Nein, es reicht, wenn du in jeder Säule 80% erreichst. Ja, das klingt nach viel Arbeit, ist es aber nicht. Vielleicht kennst du das Pareto-Prinzip. Es besagt, dass du mit 20% des Einsatzes 80% des Erfolgs erreichst. Es lohnt sich also viel mehr, in jede Säule 20% zu investieren, als nur in eine 100%. Denn mit demselben Einsatz erreichst du 5 mal 80%, was unter dem Strich 400% ergibt. Einleuchtend, oder? Und genau da kommen wir ins Spiel. Mein Team und ich helfen ambitionierten Musikern und Produzenten, ihren Weg zur Selbstständigkeit mit Musik zu ermöglichen. Falls du das möchtest, dann bewirb dich doch auf unser kostenfreies Telefonat. Klicke dazu einfach auf den Link unter dem Video. Ich wünsche dir in der Zwischenzeit viel Inspiration, lass es grufen und bis bald.